Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. White World von Lulus Abadu. Level 2.2 in my Super World. 22 erfolgreich von 327 Versuchen gab es. 6,72% ist die Abschlussrate. 70 Leute haben es gespielt. 11 Herzen hat es bekommen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Super Mario Maker 2! So, White World kommt aber nicht hin. Da ist schon blau. Und ich bin ja auch nicht... Moment, da kann ich hoch. Ein Leben! Oh! Und da falle ich runter. Okay. So, was haben wir jetzt rechts lang? Okay, das ist der gleiche Weg. Boah, das ist ja jetzt hier... Das ist anstrengend. Das ist anstrengend für die Augen. Also, wenn ihr jetzt bisher noch kein Licht für euer Zimmer habt, ja, dann schaut euch dieses Video bis zum Ende an und dann habt ihr jedenfalls die überall weiß. Muss ich da durch? Wow. Ja, wow. Ui! Das würde mich jetzt mal interessieren. Kommt der Stern bis hier vorne her? Nein, da kommt er nicht. Man erkennt diese blöden Dinger so schlecht von der Boundary her, also von den Rändern. Sofort loslaufen, sofort springen, dann sollte das funktionieren. Ne, funktioniert nicht. Verdammt! Lass mir die Abschlussrate voll nach unten drücken. So, dann gehe ich jetzt erstmal weiter ohne. Ich brauche den Stern. Ja, Halleluja, er. Könnte auch Glück haben und könnte so durchkommen, aber das ist mir zu riskant. Ernsthaft? Jetzt möchte ich es aber wissen, kommt man da so durch? Ja, moin, da kommt man so durch. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, ist ein gutes Level. Ist halt wirklich stilistisch weiß gehalten, so wie du sagst. Insofern ist es in Ordnung, aber es hat jetzt halt nicht so meinen Geschmack getroffen, dass ich sagen würde, ey, kriegt einen Daumen nach oben, kriegt einen toll. Trotzdem danke ich dir wie immer ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer To, haut rein. Tschö, tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.